Wir suchen Projektleiter für Alarmanlagen, Videoüberwachungssysteme, Sicherheitstechnik allgemein und speziell Zutrittssysteme für unsere Projekte in Österreich und in ganz Europa. Hast du Interesse an einer neuen Herausforderung? Alle Infos findest du jetzt in der Beschreibung. Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute sprechen wir über sicheres Bauen, sicheres Investment in Immobilien und was zu zukunftssicherem Bauen dazugehört. Und deswegen bei mir zu Gast der liebe Philipp Fasl von TopSanBau und du wirst gleich ein bisschen was zu eurer Unternehmensgruppe auch sagen. Der Mehmet ist ja heute leider stimmlich verhindert, aber den werden wir ein weiteres Mal einladen. Herzlich Willkommen. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kurz zu meiner Person. Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Philipp Fasl, ich bin 33 Jahre alt und ich verantworte seit heuer die Geschäfte der Firma TopSan. Das ist ein Tochterunternehmen von der Top Assets Group. Ich habe ganz klassisch HTL Hochbau absolviert, war dann kurz bei einem mittelständischen Bauunternehmen tätig und habe dann über zehn Jahre Erfahrung als Projektleiter und Bauleiter im Generalunternehmergeschäft gesammelt. 2017 habe ich meine Baumeisterprüfung absolviert und habe dann danach ein berufsbegleitendes Studium begonnen und so habe ich auch den Mehmet Alt und Top kennengelernt. Da hat sich der Mehmet einen wirklichen Vollprofi geangriert. Also wir reden ja durchaus auch auf persönlicher Ebene im Podcast und das ist einfach mein, so bin ich halt und mein Anspruch und deswegen kann ich das auch kurz sagen, den Mehmet Alt und Top kenne ich ja persönlich sehr gut. Wir haben uns in der Dealmaking Masterclass kennengelernt und vor einigen Jahren und freut mich extrem, dass du jetzt hier bei uns im Podcast bist und die, ich sage jetzt mal Alt und Top Gruppe, nenne ich es jetzt einmal, hat ja auch einen Wandel hinter sich und die Top Asset Group ist ja auch relativ neu als Brand, als Marke. Ja. Ich glaube, ihr habt das Anfang des Jahres jetzt wirklich einen Relaunch gemacht. Genau, ja. Ich hoffe, ich habe das richtig verfolgt. Ungefähr so kann man das schon ganz gut zusammenfassen. Ab 2023 startet man richtig mit der Marke Top Asset Group, das ist da quasi die Holding und der Bauträger und die Top Sun übernimmt quasi die, das Hauptgeschäft der Firma Alt und Top, also das Generalunternehmergeschäft. Genau. Kommen wir gleich zu dem, was macht denn die Firma Top Sun? Also wie bereits. Wann komme ich zu euch, wann bin ich ein Kunde von euch? Also die Firma Top Sun wickelt Projekte in-house, Hand in Hand mit der Top Asset Group ab, also ist zuständig für sämtliche Bauangelegenheiten, aber wir bedienen natürlich auch noch externe Kunden. Das heißt, ihr baut es für euch selbst? Wir bauen für uns selbst Projekte, setzen diese um und betreuen auch externe Kunden von ganz klein bis ganz groß. Also wir sind ein Generalunternehmer, haben 23 Gewerke im Talon. Wahnsinn. Magst du da ein paar aufzählen? Mir fallen nicht einmal 23 Gewerke ein, glaube ich. Es gibt unzählige Gewerke, also der klassische Baumeister, Trockenbau, Fliesenlegen, Glaser, Reinigungstechnik. Okay, Reinigungstechnik. Von bis Elektrotechnik, Haustechnik, Klimatechnik. Also da haben wir lauter kompetente Partner. Was sind vielleicht von den 23 Gewerken, was sind die ungewöhnlichsten? Die ungewöhnlichsten? Ja, ihr seid zum Beispiel auch... Sicherheitstechnik. Sicherheitstechnik, genau. Freut uns natürlich auch sehr, dass wir ein Partner sein dürfen für den Bereich. Deswegen freut es mich auch umso mehr, dass du diese Zeit nimmst und in den Podcast kommst. Und die Aufträge von unseren externen Kunden sind von ganz klein. Also wir waren gestern wieder auf einer Besichtigung, da setzt sich ein bisschen ein Pflaster. Da geht es dann wahrscheinlich um ein paar hundert bis tausend Euro oder so. Und wir wickeln aber auch größere Büro-Umbauarbeiten oder so ähnliches ab. Das heißt, euch ist auch quasi kein Auftrag zu klein, aber auch keiner zu groß. Ja. Was macht es denn dann aus? Wie sucht ihr den Kunden aus? Also ich könnte mir mal vorstellen, bei euch geht auch sehr viel über den persönlichen Bezug, über das Netzwerk. Oder wo sagt ihr, das ist nichts für uns, das würden wir nicht machen? Also meistens kommen die Kunden auf uns zu, durch Weiterempfehlungen und so weiter. Und wir arbeiten halt auch sehr viel mit institutionellen Kunden quasi zusammen, also mit Versicherungen oder Banken. Die haben halt ein Immobilienportfolien und da gibt es immer was zu tun, genau. Also Sanierungen von Wohneinheiten, der Mieter zieht aus, es gehört nur ausgemalt, so was machen wir auch. Oder halt ganze Geschosse oder ganze Gebäude quasi umbauen und sanieren. Spannend, ja. Ich weiß ja von Mehmet, ihr habt ja ganz, ganz, ganz spannende Projekte auch selbst. Ich glaube, im 16. gibt es auch ein Projekt, wo ihr das ganze Haus saniert und so weiter. Ja, genau. Also das steht noch in den Startlöchern. Echt coole Dinge. Da sind wir noch in der Planungsphase. Also der Abbruch ist schon erledigt dort. Kommt noch. Kommt noch. Zurück zum Thema Sicherheit. Das ist natürlich unser roter Faden im Podcast. Was verstehst du denn unter sicherem Bauen? Was macht Sicherheit beim Bau, Sicherheit am Bau aus? Und wie könnt ihr als Generalunternehmer mit der Topsan diese Sicherheit quasi gewährleisten, dass der Kunde dann am Ende des Tages das bekommt, was er beauftragt? Dass das on time ist, dass er zufrieden ist, dass die Qualität passt? Also wenn es um sicheres Bauen geht, dann schießt mir als erster Begriff immer die Arbeitssicherheit einmal ein. Ja. Also auf eine Baustelle arbeiten zig Menschen. Und diese Arbeiter, die muss man unterweisen, schulen, darauf achten, dass die die richtigen Sicherheitsschuhe, Helm, Sicherheitsausrüstung, die persönliche Schuzausrüstung einfach verwenden. Und halt auch richtig verwenden und einsetzen. Das ist für mich, der was quasi tagtäglich auf Baustellen unterwegs ist, ein sehr wichtiger und zentraler Punkt. Das heißt, machst du das dann auch selbst vor Ort und unterweist die Leute und bist da dahinter? Ja. Und das reicht ja meistens auch nicht, wenn man das bei Baubeginn einmal sagt, sondern da muss man immer wieder nachschärfen. Also jeder, der was in diesem Geschäft ein bisschen zu tun hat, kann das sehr gut nachvollziehen, dass halt die Arbeitssicherheit oft in den Hintergrund gerät, was aber meiner Meinung nach einfach nicht passieren darf. Das ist so der Grundstein eigentlich auch für die weiterfolgende Qualität und Arbeit. Ja, weil ein Arbeitsunfall ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann auf einer Baustelle. Das ist meine persönliche Meinung. Na definitiv, weil ein Arbeitsunfall ist ja nicht nur für die Person, wo der, der Unfall passiert, für euch als Firma, aber es kann auch zu Verzögerungen führen. Genau. Und es ist einfach eine unnötige Aufregung, auch für das gesamte Projekt. Zum Sichern und Bauen vielleicht das zweite wesentliche Aspekt. Wir arbeiten ja sehr viel mit Subunternehmern zusammen oder auch mit Partnerfirmen. Und wir setzen darauf, auf eine langfristige Zusammenarbeit. So entsteht quasi Verlässlichkeit und eine Vertrauensbasis zu den verschiedenen Firmen. Vertrauen, Neuilität, Augenhöhe. Auf Augenhöhe, Zusammenarbeit, Wertschänzung gegenüber allen Firmen agieren. Das ist einfach ein ganz wesentlicher, zentraler Punkt, dass man einfach für die Zukunft gerüstet ist und mit diesen Firmen weiterhin Projekte umsetzt. Und wir haben da, wie gesagt, schon zig Partner im Talon und auf die können wir sie verlassen. Und es beruht auf Gegenseitigkeit natürlich. Okay. Und aus dritten wesentlichen Punkt betreffend sicheren Bauen würde ich einfach die Qualität ins Zentrum stellen. Also es gibt einfach bei einem Bauwerk oder bei einem Gebäude einfach so viele Varianten, auf die man aufpassen muss. Sei es statisch, brandschutztechnisch, Schallschutz ist ein ganz wichtiges Thema, Sicherheitstechnik sowieso. Also ja, und dieses komplexe, konvolut an Themen, da wäre es gut, wenn man einen zentralen Ansprechpartner hat aus meiner Sicht. Und ihr macht es ja schlussendlich nicht nur die baulichen Sachen, so wie ich es kenne, sondern ihr geht es ja sogar bis zum Endprodukt der Einrichtung. Ja, also wenn der Kunde das wünscht, dann können wir auch Tischlerleistungen anbieten. Also wir arbeiten da auch mit zwei, drei Tischlern zusammen. Und wenn gewünscht, kriegt ihr auch eine Küche oder Einbaumöbel oder ja, was auch immer. Und da möchte ich ein bisschen einhaken und vielleicht ein bisschen die Lorbeeren vorausschicken und auspacken, weil ich kenne einige Objekte von euch und eben auch übernimmt. Und es ist wirklich ein Wahnsinn, wie hochwertig ihr arbeitet. Ja. Also das ist echt, das hat alles Hand und Fuß und ist wirklich pipi fein in der Ausführung, wie man so schön sagt. Vielen Dank. Also da könnt ihr euch wirklich selbst auf die Schulter klopfen. Danke, danke. Die Projekte, die der Mehmet immer wieder vorgestellt hat, wow, Hut ab. Dankeschön, ja. Also er ist dann sehr der Detailverliebte beim Ausbau und ich schaue halt aufs grobe Ganze beim Bauen. Das ist jetzt so mein Part. Das glaube ich, dass er der Detailverliebte ist, ja. Okay, jetzt waren wir beim sicheren Bauen. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter in die Zukunft. Sicherheit hat ja auch was mit Zukunft zu tun, mit neuen Technologien, vor allem Energiewende, ESG. Das sind ja so Themen, die in aller Munde sind. Wie siehst du das, wenn ihr jetzt was baut, wenn ihr was entwickelt, die neuen Energieträger und so weiter? Da sind, glaube ich, auch noch sehr viele Fehlinformationen da. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Von der Wärmepumpe bis hin zur Photovoltaik und so weiter und so fort. Wie siehst du das da in dem Bereich? Also das ist eine sehr komplexe und umfangreiche Frage, wo man jetzt da stundenlang Philosophien oder diskutieren könnte. Ich wollte gerade sagen, da könnte man einen ganz eigenen Podcast draus machen. Genau, das kann ein eigener Podcast werden. Also natürlich die Themen Nachhaltigkeit, Emissionsreduzieren und so weiter arbeiten, das steht einfach generell im Fokus der heutigen Zeit. Und mit solchen Themen muss man sich einfach auseinandersetzen. Das fangt ihr in Wahrheit eh schon am Bau an, auch mit der Herkunft der Materialien und so weiter. Ja, also ich bin der Meinung, man sollte immer die Lebenszykluskosten in den Mittelpunkt stellen. Also aus Sicht des Nutzers einfach die ganze Immobilie oder dieses Bauwerk halt einfach betrachten. Es kann durchaus oder meistens macht es Sinn, höhere Investitionskosten in Kauf zu nehmen. Und dafür hat man dann halt längerfristig niedrigere Betriebskosten. Also sei es heizungstechnisch, wenn ich das Gebäude besser dämme, dann verbrauche ich auch weniger Energie und so weiter. Aber auch die Lebenszeit muss berücksichtigt werden. Also wenn ich einen hochwertigen Boden einbaue und dann habe ich 30 Jahre in der Ruhe und brauche den nicht tauschen und so weiter. Und der ist vielleicht auch noch leichter zu reinigen. Der kostet zwar am Anfang das Doppelte, aber... Naja, ich muss einfach laufend weniger reinstecken. Genau, die höhere Anfangskosten. Nach dem Prinzip, wer billig kauft, kauft doppelt. Richtig, genau. Lieber gleich gescheit machen. Gleich gescheit machen. Und diesbezüglich muss man halt auch wieder diese ganzen Schnittstellen, was halt bei so einem Bauwerk quasi in den Fokus stellen und das einfach richtig ausführen. Weil es passieren einige Fehler am Bau, also so generell gesprochen. Und das hält dann vielleicht drei, vier, fünf Jahre. Dann hat man Ruhe. Und dann fängt aber das Problem an. Und dann muss man diese Stelle vielleicht wieder öffnen oder so und alles umbauen und so weiter. Weil man halt einfach während der Bauphase gespart hat, nicht gescheit draufgeschaut hat oder so. Das hast mir jetzt ein bisschen meine nächste Frage vorausgenommen. Weil, das ist also meine nächste Frage. Was sind denn so die typischen Themen, auf die ihr besonders Acht legt? So wie du jetzt gesagt hast, Schnittstellen, Thematiken, wo viel passieren kann, wo typischerweise was passiert, beziehungsweise wo man vielleicht erst mal nach ein paar Jahren draufkommen darf. Also typische, es gibt einfach zig unendliche Themen. Aus der zehn Seiten lange Checkliste. Ja, im Endeffekt, wir lernen auch selbstständig dazu. Wir beziehen auch immer laufend Sachverständige ein. Oder holen sich auch Expertenmeinungen. Weil niemand ist perfekt und allwissend und schon gar nicht am Bau oder so. Es ist ja jedes Projekt anders. Es ist jedes Projekt auch anders und individuell. Man hat immer mit anderen Leuten zu tun. Beispielhaft fällt mir jetzt zum Beispiel der Schallschutz ein. Also da habe ich jetzt im letzten Jahr auch einiges dazugelernt. Wir machen einen Dachgeschossausbau, eh für uns selbst, im 20. Bezirk. Und da habe ich einfach mit einem Schallschutzexperten einige Gespräche und Termine gehabt, damit man den Fußbodenaufbau richtig konstruiert und so weiter. Damit halt im Dachgeschoss 1 kein Drittschallschutz oder möglichst kein Drittschallschutz wahrgenommen wird von der Wohnung drüber im Dachgeschoss 2. Da muss man auf ganz viele Dinge aufpassen, die selbst auf mir als Baumeister, ja, das ist nichts Alltägliches. Ja, klar. Deswegen ist es so wichtig, dass man ein Expertennetzwerk hat, dass man zurückgreifen kann. Die Realität ist einfach, man kann nicht alles können. Und das sage ich auch immer ganz offen. Jeden, der das sagt, dass er eh alles kann und alles selbst kann, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil das stimmt nie, möchte ich mal behaupten. Richtig, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und meine oder unsere Aufgabe als Generalunternehmer ist dann halt einfach, diese ganzen Inputs halt so zum Koordinieren, dass das halt richtig umgesetzt wird und das Ergebnis möglichst perfekt ist. Ja, dass es zu einem großen Ganzen Sinn ergibt. Genau. Also diese Baukoordination und die Koordination der Gewerke stelle ich mir ja als GU quasi immer als sehr große Herausforderung auch vor. Das ist auch die größte Herausforderung und die größte Challenge in unserem Geschäft. Und das ist auch der größte Vorteil wahrscheinlich für unseren Kunden, dass wir diese ganze Koordination von diesen Zick-Gewerken quasi dem Kunden abnehmen. Weil jedes Gewerk muss auf ein anderes Gewerk aufsetzen. Der Fliesenleger belegt den Estrich vom Baumeister zum Beispiel oder so. Und alleine bei dieser augenscheinlich marginalen Schnittstelle gibt es Zick-Themen. Ist die Oberflächenbeschaffenheit, ist die ausreichend, die Gefälleausbildung ist die ausreichend etc. etc. Ja, also der Teufel steckt im Detail, wie man so schön sagt. Richtig, genau. Und das ist quasi das, wo ihr ganz genau hinschaut und quasi auch zwischen den Gewerken immer wieder dort seid, immer wieder Abnahmen macht, immer wieder ganz genau hinschaut. Das alles überwacht halt und halt bei Problemen und Diskussionen quasi auch ein bisschen eine Vermittlerrolle ständig einnimmt und halt auch Psychologe spielen muss auf der Baustelle. Bis man dann Psychologe, Mediator und Kindergärtner, aber das gleichzeitig zusammenhört. Das trifft es ganz gut. Nein, aber das ist natürlich schön, wenn man auch immer die gleichen Partner hat, die sich dann auch untereinander schon kennen, weil dann verhindert man ja umso mehr auch so Themen, wo sich dann das eine Gewerk dem anderen Gewerk den schwarzen Peter quasi zuschiebt. Kennt man, passiert, ist am Bau so. Aber unser Ziel oder mein persönlicher Zugang zu jedem Projekt ist eigentlich immer das Projektziel, das fertige Endprodukt muss einfach im Fokus stehen und das muss man auch jedem Gewerk halt irgendwie beibringen. Und sozusagen, ja. Dass man wirklich an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Nicht jeder für sich selbst, nur an seinem Teil. Das ist ein schöner Zugang. Dann wird es eigentlich meistens, also während der Bauphase schon unschön. Und das Endprodukt leidet auch darunter, wenn jeder nur auf sich schaut. Ja, ja, klar. Aber das verhindert sich ja sehr, sehr gut. Philipp, wir sind schon relativ am Ende unserer Zeit angelangt. Die Zeit vergeht immer so schnell, das ist ja Wahnsinn. Möchtest du unseren Hörern und unseren Zuseherinnen auf YouTube noch irgendwas über die Topsan mitteilen? Gibt es noch irgendwas, was jeder wissen muss? Was jeder wissen muss? Also unsere Spezialisierung ist Sanierungen von Altbauten. Wir haben da einen besonderen Zugang. Wenn wir ein altes Haus besichtigen, in den Keller gehen und so weiter oder auch den Dachstuhl sich anschauen. Und dann haben wir ein Gespür dafür, wie dieses Gebäude entstanden wurde. Und das ist auch ein sehr, sehr wesentlicher, zentraler Punkt, dass man quasi auch die alte Bausubstanz, die es ja unzählig in Wien gibt, versteht und halt richtig saniert, erweitert, modernisiert, auf einen guten Stand bringt. Weil diese Gründerzeithäuser, die sind, das ist einfach eine wertvolle Substanz. Dass man das auch erhält. Das muss erhalten werden, aus optischen, historischen Gründen. Das macht auch den Flair von Wien aus. Und unsere zentrale Aufgabe sehe ich auch darin, diesen Flair zu erhalten und weiterzuentwickeln und in die Moderne zu bringen. Und wir sind da sicher ein sehr guter Ansprechpartner für die Kunden, die halt solche Projekte umsetzen wollen, müssen, möchten, können. Also das sieht man definitiv an euren Projekten, die dann abgeschlossen werden. Eben speziell im Altbau. Also das ist wirklich, ich habe es ja vorher schon gesagt, aber ich sage es nochmal, das ist wirklich wunderbar, was ihr da umsetzt. Und ich glaube, das waren schöne Schlussworte. Lieber Philipp, ich sage vielen Dank fürs Kommen in den Sicherheitspodcast. Danke für den Berat. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute weiterhin. Ich wünsche uns beiden alles Gute in der Zusammenarbeit. Wir haben ja auch gerade ein gemeinsames Projekt. Ja. Und ich sage danke fürs Zuhören und danke fürs Zusehen auf YouTube. Die Infos zu der TopSun gibt es wie immer in den Shownotes. Und bis bald bei der Sicherheitspodcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taubus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.